Berlin, Deutsche Presseagentur, minus das aktuelle Kalenderblatt für den 10.April.2022.14 Kalenderwoche 100.Tag des Jahres noch 265 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen Wieder Namenstag, Magdalene Gabriela historische Daten 2017 Die Enthüllung der Panama Papers und die Berichterstattung mehrerer Medien zu US-Präsidenten Trump werden mit Pulitzerpreisen ausgezeichnet.2017 Erstmals in ihrer 188-jährigen Geschichte steht mit Chrissida Dick eine Frau an der Spitze der berühmten Landener Polizei Scotland Yard.2017 Der niederländische Thronfolger Prinz Wilhelm Alexander und seine Frau Prinzessin Maxima bekommen eine dritte Tochter Das in Den Haag geborene Mädchen heißt Ariane vollständig Ariane Wilhelmina Maxima Rennes.1997 Urteil im Berliner Mekonus-Prozess Nach Auffassung des Gerichts wurde der Mord an vier kurdisch-iranischen Oppositionspolitikern 1992 im Lokal Mekonus von Mitgliedern der iranischen Staatsführung angeordnet Punkt 1987 Die Leichtathletin Birgit Drissl eine der besten sieben Kämpferinnen Deutschlands stirbt 26-jährig an einem seltenen Allergieschock Ihr plötzlicher Tod löste eine heftige Doping-Debatte aus Punkt 1972 In Moskau-Washington und London wird die internationale Konvention über das Verbot biologischer Waffen unterzeichnet Sie tritt 1975 in Kraft Die Bundesrepublik ist seit 1983 Vertragspartner Punkt 1959 Der japanische Kronprinz Akihete bricht mit der fast 2000 Jahre alten Tradition des japanischen Kaiserhauses und heiratet eine bürgerliche Die Unternehmer-Tochter Michiko Shoda Punkt 1932 Paul von Hindenburg wird bei der Stichwahl zum Reichspräsidenten im Amt bestätigt Mit 53% der Stimmen siegte über Adolf Hitler 36-8% 1912 Das britische Passagierschiff Titanic bricht von Southampton zu seiner Jungfernfahrt nach New York auf Punkt Geburtstage 1.992 Desiret Lee 30- Britische Schauspielerin Stavars Das Erwachen der Macht 1952 Steven Sergal 70- Amerikanischer Schauspielerrolle in Actionfilmen wie Alarmstufe Rot Wird im November 2016 auch russischer Staatsbürger 1.932 Oma Scherif Ägyptischer Schauspieler Dr. Schivako Lorenz von Arabien Fanny Galmenis gestorben 20.151.917 Augustin Cardenas Kubanischer Künstler Bildhauer vor allem Bronze Marmor und Holzplastiken gestorben 20.011.922 Simonetta italienische Modeschöpferin gestorben 2011 Todestage 2002 Manfred Könlechner Deutsche Heilpraktiker und Publizist Lehrbuch Handbuch der Naturheilkunden 1975 Minis machte die Alternativmedizin in Deutschland Populär geboren 19.251.987 Werther Drohs Deutsche Schauspielerin Bühnenrolle in die Drei Groschenopper Filmrolle in die Blechzommel Minis Ehefrau von Heinrich Schurz Mutter von Götz Schurz Geboren 1901 Copyright Deutsche Presse Agentur Info.com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 220328996958092